Moin Moin, Gute, Servus, Konnitra, grüße alle miteinander, hier ist der Stolli, hier ist ein neues, frisches Concussion-Protokoll. Und bevor wir loslegen, muss ich erstmal meinen Hut vor euch ziehen. Krass, wie viele Kommentare hier reingekommen sind nach der letzten Sendung, nach der 100. Sendung und wie viele von euch sich offenbar als Jünger outen. Die sagen, ich ziehe mir das Zeil wirklich jede Woche rein. Chapeau, finde ich geil. Gibt natürlich mir die Motivation, selbst schwer erkältet, so wie heute, Gas zu geben und euch eine neue Folge zu liefern. Also danke, danke fürs Mitspielen, danke fürs Zuschauen. Die Gewinner wurden bereits informiert und ich würde sagen, fangen wir mal an auf die nächsten 100. Was habe ich mir heute rausgesucht als Top-Thema? Wir sind ja tatsächlich ein Viertel schon durch durch die Saison. Das geht ja mal verdammt schnell in der NFL. Das wird den einen oder anderen von euch jetzt wahrscheinlich schon aus dem Sessel werfen. Oder ihr sitzt in der Bahn, hört euch den Podcast an und schreit jetzt erstmal, nein. Ist aber so. Ein Viertel ist schon durch. Wir fangen jetzt an mit den London-Spielen und so weiter und so fort. Und ich finde, nach einem Viertel kann man schon mal so ein bisschen, so ein ganz bisschen resümieren. Da kann man schon mal so ein bisschen gucken, oh wow, was da passiert. Und ich habe mich entschieden, ich sage euch mal so ein bisschen in die Richtung, was da passiert. Aber noch mehr, wer ist der denn? So mit dem habe ich jetzt hier gar nicht gerechnet. Ich habe euch mal fünf Jungs rausgesucht, wo ich ganz ehrlich sage, warte mal. Nee, den hatte ich so in der Form oder überhaupt in irgendeiner Form nicht auf der Rechnung. Fünf Kandidaten. Los geht's. Vorneweg natürlich der Schnäuzer der Nation. Gardner, Mustache, Minshew. Sicherlich eine der, wenn nicht sogar die Feel-Good-Story der neuen Saison. Überhaupt keine Frage. Die Jacksonville Jaguars, ich glaube, die Fans waren in Woche eins schon völlig am Boden, als Nick Foles verletzt ausschied. Und dann muss man ehrlich sagen, was der Gardner da hinlegt als Starter, ist à la Bonheur. Eine Completion Percentage von über 69 Prozent ist richtig gut. 9,05, ja, sieben Touchdowns. Ein Passer-Rating von fast 107. Seine Bilanz als Starter ist zwei Siege, eine Niederlage. Er ist tatsächlich der erste Spieler seit 1990, der in jedem seiner ersten vier Einsätze ein Passer-Rating von über 95 hat. Das ist schon ziemlich krass. Natürlich ist das dann auch ein guter Job der Coaches, die genau wissen, was können sie mit Minshew anfangen. Und was vielleicht noch nicht. Aber die Execution liegt am Ende bei ihm und natürlich seinen Mitspielern. Und das läuft richtig, richtig gut. Und das macht richtig Spaß, ihm zuzuschauen. Wird der Junge die nächsten zehn Jahre in der NFL Gast geben? Ich bin mir da noch nicht so sicher. Deswegen war er ja ein Sechster-Runden-Pick. Der Typ hat das gewisse Etwas, was man auch unbedingt braucht in der NFL als Quarterback. Aber sein Skillset ist halt doch limitiert, weswegen er ein Sechster-Runden-Pick ist. Dennoch, geile Geschichte und natürlich wollen wir noch so viele Schnauzbart-Szenen sehen wie möglich. Aber bitte, wenn es irgend geht, ohne diese bescheuerten, abgeschnittenen Jeanshosen. Oh mein Gott! Nächster auf der Liste bei mir, Frank Gore. Am Montag in der Show haben wir noch darüber diskutiert, ist der Hall of Fame worthy oder nicht. Der Onkel Stolle ist der Meinung, Hall of Fame muss da ziemlich lange drauf warten. Ich persönlich sehe ihn da nicht, weil er hatte in meinen Augen nur eine überragende Saison, nämlich seine zweite, als er fast 1700 Yards hatte. Er hat tatsächlich acht weitere Male die 1000 geknackt. Aber ich finde immer so, jetzt mal ehrlich, 1000 ist doch eigentlich keine wirklich beeindruckende Zahl mehr bei Running Backs, oder? Ich finde so, ein richtig guter Running Back, der muss schon so mindestens die 1200 knacken, wenn nicht sogar die 1300, um sagen zu können, das war eine richtig gute Saison. Ich finde, 1000 ist fast schon so ein Standardding. Deswegen, für mich ist Gore irgendwie, gehörte nie zu den ganz großen, egal in welchem Jahr, bis auf, wie gesagt, Jahr Nummer 2. Und deswegen, ja, die Zahlen sind natürlich insgesamt sehr beeindruckend, aber ich glaube, er wird es verdammt schwer haben, in die Hall of Fame zu kommen. Running Backs haben es sowieso schwer reinzukommen mittlerweile. Und wenn man dann schon so, sag ich jetzt mal, in Frage gestellt wird, dann ist das nicht so einfach. Anyway, seine aktuelle Saison ist stark beeindruckend. 61 Carriage, 273 Yards, zwei Touchdowns, einen Schnitt von 4,5 Yards pro Lauf. Der Schnitt von 68,3 Yards pro Spiel ist der höchste für ihn seit 2014. Und er ist ja immerhin schon 36, nicht 68, 36, 36 Jahre alt. Und die Bills können sich dann natürlich bedanken, dass nach der Entlassung von McCoy und trotz der Verletzung von Singletary, der ja sicherlich, wenn er wieder fit ist, eine größere Rolle in dieser Offense spielen soll, dass Gore da ist, dass sie ihn haben und dass er diesen Job so ausfüllt. Aber definitiv jemanden, mit dem wir vor der Saison ehrlich gesagt nicht mehr wirklich gerechnet haben. Dritter Spieler, ehrlich Jungs, da hätte ich ja eher noch Gardner Minshew auf der Rechnung gehabt. Shaq Barrett, was für eine geile Geschichte. Undrafted 2014, in Denver, ja, einfach nur ein Name gewesen, durfte dann gehen, hat sich keiner drum gerissen und hat dann auch in der Free Agency wirklich nicht wirklich viel reißen können, nicht viel Tamtam bekommen und hat bei den Bucks so ein einjahres Prove-it-Deal bekommen. War selbst da umstritten, zumindest in den Medien, ob er denn den Cut schafft so ungefähr. Und führt jetzt mal eben die NFL mit neun Sacks an nach vier Spielen. Drei Forced Fumble, eine Interception. Geil. Also eine geile Geschichte und eine wahnsinnig gute Saison. Und tatsächlich, bis jetzt ist er ganz klar Defensive Player of the Year für die ersten vier Spiele der Saison. Also gibt halt keinen, der auch nur annähernd das abgeliefert hat, was er abgeliefert hat. Deswegen ganz klar ist er für mich Defensive Player of the Year. Wahnsinniges Jahr und man wünscht ihm natürlich, dass es so weitergeht und dass er dann eben den Vertrag bekommt, den sich jetzt gerade Spiel für Spiel erarbeitet. Ich habe noch einen Verteidiger für euch, mit dem ich ehrlich gesagt auch nicht gerechnet hatte in dieser Form. Jamie Collins von den Patriots. Drei Interceptions, vier Pass-Up-Defense, dreieinhalb Sacks, sechs Tackles for loss, dazu noch unzählige Tackles. Der Mann war nie besser. Weder in New England, noch in Cleveland, noch dann nach seiner Rückwehr nach New England. Das ist jetzt aktuell sein Jahr. Er empfiehlt tatsächlich nur noch zwei Sacks und zwei abgewährte Pässe, um persönliche Bestmarken einzustellen. Und dafür hat er jetzt noch zwölf Spiele. Ist ganz klar einer der Gründe, warum die Patriots die beste Defense der NFL bisher haben in dieser Saison. Also das ist jemand, den man wahrscheinlich da nicht auf der Rechnung hatte. Einen Spiele habe ich noch und das ist auch so eine Feel-Good-Story, aber aus einem anderen Grund. Darren Waller, Titan der Raiders. Ihr kennt ihn alle. Ihr kennt alle seine Geschichte, denn ich vermute, ihr habt alle Hard Knocks dieses Jahr gesehen. Der Junge, Drohungeschichten, Substance Abuse, war ja in Hard Knocks, alles ausführlich zu sehen. John Gruden steht auf solche Fighter, Leute, die sich aus so einem Loch rauskämpfen, wo er weiß, wenn ich dem eine Chance gebe, dann wird er sich daran so festkrallen und wird so über sich hinaus wachsen. Genau so eine Typen mag John Gruden einfach über alles. Und genau das macht Darren Waller. 33 Catches, damit hat er die meisten Catches aller Tidans aktuell in der NFL. 320 Yards. Tidans ist in dieser Offense extrem wichtig. Letztes Jahr schon mit Jared Cook gesehen. Und Waller nutzt diese Chance, in einer Gruppe von recht unspektakulären Tidans, die so rumrennen, eben herauszustechen. Also Chapeau, seit 2016 nicht mal wirklich Football gespielt gehabt und jetzt so einen Start hingelegt. Geile Saison. Das sind für mich fünf Typen, wo ich sage, hab ich nicht auf der Rechnung gehabt. Hätte ich nicht gedraftet in meinem Fantasy-Team. Geil, dass ihr da seid. Meine Wurst der Woche. Es ist die Offense der Minnesota Vikings. Ich gebe es ja zu, beziehungsweise ich stehe dazu. Ich habe gesagt, die Vikings werden die Division gewinnen und es gibt ja auch noch keinen Grund, nicht anzunehmen, dass es noch besser werden kann. Aber die Offense ist halt irgendwie dysfunctional. Also wenn der Cook nicht ins Laufen kommt, dann geht da gar nichts. Und das ist schon erschreckend, wenn man alleine schon mal guckt, wie viel Geld man diesen Leuten da in den Rachen wirft, einem Cousins, aber auch einem Thielen, einem Dix, einem Rudolph. Und die spielen alle keine Rolle. Es fängt auch nicht zwingend mit Kirk Cousins an. Es ist natürlich Kirk Cousins, der die meiste Kritik bekommt und das auch zu Recht. Denn wenn man sieht, dass kein Quarterback im Schnitt länger den Ball in der Hand hält als er, aber wie wenig entsprechende Explosive Big Plays er daraus produziert, natürlich hängt es auch an ihm. Mit den viel zu vielen Checkdowns, viel zu wenig traut er sich mal den tiefen Ball zu werfen, obwohl die Option da ist. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, naja gut, die sind alle gut gedeckt. Schon macht Sinn, dass er da nicht hinwirft. Aber es sind natürlich auch andere Faktoren. Es ist die O-Line, die bisher trotz einiger Umstellungen und Neuerungen nicht richtig gut performt in der Pass Protection. Es ist das Playcalling, also Kevin Stefanski und Gary Kubiak, irgendwie passt das nicht zusammen. Das Lustige ist, dass Stefanski sagt, er ist ein Fan der Kubiak-Offense, aber er hat selber nie in dieser Offense gecoacht. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber das ist alles so schwer greifbar. Dann hast du einen Dix und einen Thielen, die weit hinter ihren Erwartungen zurücklegen. Du hast einen Rudolph, der weniger Targets bisher hat als der Fullback der Vikings. Es ist, ah, ich weiß nicht, kein Team läuft mehr bei Second and Long als die Vikings. Mit anderen Worten, auch kein Team wirft seltener bei Second and Long. Und das führt dann immer wieder zu vielen Third and Long-Situations, die es natürlich nicht einfacher machen. Und die es natürlich auch für die Defense sehr wesentlich einfacher machen, wenn sie wissen, hey, erstens die Chance ist recht groß, dass sie jetzt laufen im zweiten Versuch. Die Chance ist recht groß und sehr wahrscheinlich, dass sie jetzt werfen im dritten Versuch. Also es ist viel zu berechenbar, viel zu einfach zu lesen. Das ganze Konstrukt, was man da hat mit all den Stars, die sehr viel Kohle vergrinen und die alle abliefern müssen, nicht nur in Kirk Cousins. Und dazu diese Stefanski-Kubik-Kombo, das scheint irgendwie alles nicht ganz rund zu laufen. Und das bringt eine Menge Druck auf Mike Zimmer, der ja nun mal da das Sagen hat und diese Entscheidung auch getroffen hat, Gary Kubik reinzubringen. Ja, also es läuft nicht rund bei den Vikings. Also da muss definitiv eine Steigerung kommen in allen Bereichen. Kirk Cousins muss endlich zeigen, dass er dieses Geld wert ist, muss einfach auch mal ein bisschen mehr Eier auf den Tisch legen. Die O-Line muss besser abliefern, das Playcalling muss definitiv besser werden. Alles muss bei der Vikings Offense besser werden, weil sonst bleibt man ziemlich wurstig. Mein schönen Fakum Memorial Award diese Woche geht stellvertretend für eine wirklich beeindruckende Defensive Performance der Tennessee Titans. Ein Herod Landry, einer der besten Pass-Rusher im vorletzten Draft. Hatte eine solide Rookie-Saison und jetzt, finde ich, geht der Linebacker langsam richtig steil. Vier Tackles gehabt gegen die Fakums, zwei Sacks. Das erste Mal in seiner NFL-Karriere, dass er zwei Sacks in einem Spiel hatte. Finde ich, ist mittlerweile ein ganz fester Bestandteil. Einer der ja wohl am meisten unterschätztesten Verteidigungen in der ganzen NFL. Titans Nummer zwei Turnover Defense, Nummer sechs in Sachen Sacks, Nummer sechs in Sachen Third-Down Defense. Darf man nie unterschätzen, diese Titans. Herod Landry, für mich diese Woche der Shane Fakum Memorial Award Winner. Was für ein langes Wort. Sag mal Stolle und Freunde, das war jetzt nicht so einfach. Bei all den vielen Glückwünschen nochmal Danke und Mitspiel-Teilnahmen an dem Gewinnspiel. Irgendwann dachte ich so, kommen auch noch Fragen? Also ich musste sehr viel scrollen. Vielleicht habe ich auch die eine oder andere überscrollt. Das tut mir dann leid. War echt was los und ich wollte natürlich auch überall mal einen Daumen hoch setzen. Ein paar habe ich trotzdem gefunden. Der Dirk Dom fragt, sag mal Stolle, wenn die Fins im nächsten Draft sich einen Quarterback holen, wird Rosen ja wieder überflüssig. Wäre er dann eine Alternative für die Titans, damit die keinen Quarterback draften? Oder wäre ein anderes Team interessant? Die Pats, die Panthers oder so? Gehen wir jetzt mal von dem Fall aus, dass die Dolphins einen Quarterback draften. Wobei ich persönlich davon noch immer nicht hundertprozentig überzeugt bin. Es gibt Spieler wie ein Chase Young. Die würde den Dolphins auch sehr gut zu Gesicht stehen. Egal. Gehen wir jetzt mal davon aus, sie nehmen einen Quarterback. Und dann ist natürlich Josh Rosen absolut überflüssig. Was passiert dann? Mein Problem daran ist, dass er dann zwei Jahre so ein komisches Vagabunden-Dasein hatte in der NFL. Obwohl er ein First-Round-Pick war. Und ich glaube, das wird so ein bisschen abschreckend wirken. Also natürlich hat er zwei Teams gehabt mit Miami und Arizona, die am Boden waren. Die wenig Playmaking-Ability hatten, wenig gutes Personal, keine gute O-Line. Das sind alles Punkte, die man da nicht ganz außer Acht lassen darf. Aber nichtsdestotrotz werden die Scouts natürlich sich genau angucken, was haben sie denn von ihm gesehen. Und kann er dann trotzdem einigermaßen abliefern hinter so einer O-Line? Oder wird er eher so ein Deer in the Headlight und friert fest? Also ich persönlich glaube nicht, dass die Titans dann ein Team wären, was ihn holen würde. Ich glaube eher, dass wir hier von einem Team reden, was sich die Zeit nehmen würde, beziehungsweise könnte, ihn ein, vielleicht sogar zwei Jahre, erstmal in die Lehre zu schicken. Ich glaube, das wäre auch das Beste, was ihm passieren kann. Einfach nochmal bei Null, wirklich bei Null anfangen, wirklich nochmal lernen von einem guten Veteran und dann reinkommen. Denn ich glaube an Josh Rosen. Der Junge kann es auf jeden Fall reißen. Er kann auf jeden Fall ein NFL-Star werden. Er ist nicht umsonst ein First-Round-Pick gewesen. Die Situation, die er hat oder auch hatte, war nie optimal. Und das setzt, ich glaube auch, dass es auch für den Kopf eine schwierige Lage für ihn ist. Und vielleicht würde es wirklich gut sein, mal ein Jahr als Nummer zwei irgendwo zu sein und zu lernen. Und deswegen halte ich die Titans für sehr unwahrscheinlich, wenn es denn so kommen würde. Panthers könnte dann schon eher ein Team sein. Patriots sehe ich gar nicht, weil ich glaube, die sind sehr verliebt in Jared Stidham. Nicht ohne Grund haben sie ihm den Backup-Job gegeben. Aber so ein Team wie die Chargers oder auch die Saints, das könnte ein Team sein, die, wenn sie denn nicht sagen, wir gehen im Draft explizit auf einen jungen Quarterback, was sie ja in den letzten Jahren auch nicht wirklich getan haben, dann könnte das Team sein, die auf jeden Fall Interesse an so einem Spieler haben. Wir sagen, ey, unsere Nummer eins, ein, zwei Jahre sind noch da und dann jemand wie ihn haben. Kann ich mir gut vorstellen, sehr gut vorstellen. Bei den Chargers, die sind natürlich mit Tyra Taylor bestens besetzt auf der Backup-Position, ist aber auch ein Spieler, der sicherlich noch Interesse hätte, irgendwo als Starry aufzulaufen. Und bei den Saints mit Bridgewater, also bisher macht Teddy, also nicht so einen Job, dass ich als Coach sagen würde, den muss ich unbedingt behalten. Das ist ein, Teddy Bridgewater ist halt ein Game Manager. Das war in Minnesota, als er Rookie war und in seinem zweiten Jahr und er konnte ja nie zeigen, dass er mehr ist. Aber was ich jetzt sehe, mit all der Erfahrung, die er hat, lässt mich ein bisschen daran zweifeln, dass er wirklich ein Starry Quarterback sein kann, auf lange Sicht. Und deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die Saints sagen, so einen Rosen, warum nicht? Emil fragt, was hältst du davon, dass ältere Quarterbacks, junge Quarterbacks Mentoren und wie diese damit umgehen? Klammern, Eli als positives, Big Ben als negatives Beispiel. Hat das wirklich Auswirkungen auf die Jungen? Naja, also was ich davon halte, ich finde es gut. Gut, dass nicht jeder Quarterback in der NFL sofort begeistert Yippie schreit, wenn man ihm einen Rookie zur Seite stellt, ist glaube ich völlig klar, liegt auch in der Natur der Sache, weil Quarterbacks sind einfach mal Alphatiere. Und wenn man denen dann so ein junges Alphatierchen hinstellt, dann sagen sie, was soll ich jetzt damit? Also, Brett Favre, kann ich mich erinnern, war auch nicht happy über den Aaron Rodgers Draft Pick. Ich kann also auch einen Big Ben verstehen, ob man das dann so immer zum Besten geben muss, ist eine andere Frage. Es sei auch nicht gesagt, also es ist einfach nett, wenn sich dann jemand wie Ila hinstellt und sagt, ja komm, natürlich kann er bei mir lernen, weiß da auch nicht, ob er das aber so meint. Also, ich glaube, aber selbst wenn du jemanden hast, der sagt, ich habe null Bock auf dich. Alleine, wenn du als Rookie dem Veteran zuschaust, wie er trainiert, wie er die Meetings angeht, wie er mit den Coaches arbeitet, wie er mit dem Team arbeitet, auf dem Feld, aber auch daneben, da kannst du so viel mitnehmen, so unfassbar viel mitnehmen. Allein das ist schon, ja, da bist du schon in der Leere. Selbst wenn der Typ kein Wort mit dir wechseln würde. Also, ich glaube, das ist extrem wichtig. Ich glaube aber auch, dass es gerne mal so ein bisschen überspitzt wird dann. Das sind so halbe Fake News. Also, glaubt ihr wirklich, dass Mason Rudolph und Big Ben sich hassen und kein Wort miteinander reden? Also, das ist doch Quatsch. Also, man muss sich nicht lieben, man ist ein Competitor, das ist im Sport so. Manchmal wird daraus trotzdem eine Freundschaft, manchmal ist es einfach eine sportliche Rivalität und man ist halt in einem Team zusammen und muss damit leben. Das ist eine natürliche Sache und ich finde, so ein Mentoring ist eine gute Sache und hilft immer. Egal, ob du jetzt mit dem richtig gut kannst oder nicht. Varan Ottisch fragt, hey Stolle, wenn du die Möglichkeit hättest, in einem Team zu spielen, Jahrzehnt völlig egal, welches wäre es und warum? Zum Beispiel Superbowl-Erfolge mit den Pads oder lieber mega gut sein wie die 90-94er-Builds etc. Also, wenn ich, ich, ihr kennt mich, ich bin keine zwei Meter groß und überathletisch, wenn ich sagen würde, ich dürfte spielen, dann muss ich ja realistisch bleiben und sagen, in welchen, also, selbst im Film The Replacements hätte ich wahrscheinlich nur als Chile eine Chance gehabt, aber wenn, also dann müsste ich wahrscheinlich in den 1930er Jahren gespielt haben, da wäre man durchaus mit meiner Statur wahrscheinlich auch noch gut durchgekommen als Fullback. Also, die 1930er. Such dir ein Team aus. Irgendwas in den 30ern wäre ich so gewesen. Und dann haben wir noch Thomas S. Thomas S. hat 427 Fragen geschickt. Thomas, ich habe mir davon zwei rausgesucht. Wir wollen ja fair bleiben hier. Wenn du dir ein Locker-Room der NFL ausruhen könntest und ein Team, bei dem du einen hundertprozentig authentischen Einblick bekommen würdest, welches Team, außer Packers, Raiders und Patriots, würde dich da am meisten interessieren? Ich weiß nicht, warum du die drei ausschließt. Das kann ich gar nicht nachvollziehen. Aber ehrlich gesagt, das ist doch völlig egal. Also, wenn man die Chance bekommt, bei einem NFL-Team dabei zu sein, Backstage, hundertprozentig alles zu erleben, das ist doch völlig wurscht, welches Team es ist, oder? Das ist ein Einblick. Ich kann es nur, wenn euch jemand mal das Angebot macht, geht nicht hin und sagt, ja, ich mag die aber nicht. Also, ich kann es euch nur ins Herz legen. Es ist völlig egal, in welchem Stadion, welches Team, ob euch die Spieler sympathisch sind oder nicht. Aber tatsächlich, wenn ich mir jetzt eins ausruhen müsste, fände ich es, glaube ich, spannend, bei den Rams bzw. bei den Chargers am Start zu sein, jetzt, wo es Richtung neues Stadion geht. Ich glaube, dieses Ganze, dieser Umzug, dieses Ganze in neues Zuhause, was ja alles eine ganz andere Dimension ist, als das, was sie jetzt haben, das, glaube ich, ist eine ziemlich coole Zeit. Hätte ich sonst auch gesagt bei den Raiders, aber ich darf die Raiders mir ja nicht aussuchen. Und die zweite Frage von dir. Welcher aktive Spieler, außer Antonio Brown, Entschuldigung, ist aktuell deine positive oder welche deine negative Überraschung diese Saison? Jam, also, ihr seht hier, Vitamin-Cocktail. Stolle muss krank sein. Also, positiv habe ich euch ja schon jetzt genannt. Brauchen wir ja dann eigentlich nicht nochmal. Meine negative Überraschung der Saison, ich finde an sich, ohne jetzt auf einen Spieler herzuziehen, finde ich eine negative Überraschung, die Chargers. Die gefallen mir bisher nicht. Das ist nicht rund für eine Mannschaft, die so einen krassen Kader hat und auf allen Positionen so dermaßen aufgestellt ist, finde ich, ist das einfach noch nicht, klackt das noch nicht richtig bei den Chargers. Ob jetzt Melvin Gordon allein den Unterschied macht, weiß ich nicht. Das werden wir mal sehen. Aber das, die sind ja nicht schlecht, aber ich finde sie tatsächlich ein bisschen, ein bisschen lahm. Also, das ist eigentlich so, das, wo ich sage, das enttäuscht mich. Ansonsten finde ich nach vier Spielen schwierig zu sagen, dass einen jemand wirklich extrem überrascht, positiv oder negativ. Ne, weil die Chargers, die enttäuschen mich. Danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr zugesehen, zugehört habt, was auch immer. Habt euch wohl. Habt ein schönes Wochenende mit NFL, College Football, was auch immer. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal.